Mahlzeit und willkommen zurück zu Lego Dimensions. Boah, ist noch ein bisschen laut, glaube ich. Ja, wir sind immer noch in der Simpsons-Welt. Ich muss gerade mal gucken, wo war ich denn hier? Komm! Au! Okay. Speicherpunkt brauche ich, glaube ich, gar nicht. Egal. Doppelt hält besser. Kann ich hierher? Kann ich, bringt mir aber nix. Okay. Da hinten sitzt doch Homer. Aber geil. So, mit mich echt, ich bin noch gar nicht drin. So, nur Charaktere wie die Hexe, die Silberlego, blablabla. Ja. Hatten wir schon mal. Okay, das ist Plutonium. Schlecht. Was kann ich zu? Was kann ich zu? Also gut, Herr. Jetzt hängt alles an dir. Überprüfe Kerntemperatur. Ich drücke einfach diesen Knopf. Ja, sauber. Wunderbar, wunderbar. Warum muss ich ihn jetzt tauschen? Hä? Eins von drei. Eins von drei. Oho, oho. Okay. So läuft es. Oh ja, da muss Batman dran. Komm. Zieh. Zieh, 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 zieh. Ich dachte, das wäre eine ausfahrbare Brücke. Ach, das ist wieder so ein Portal-Ding. Das ist ja geil. Ähm. Violet? Violet? Ja, komm nicht so. Batman kann da hin. Au. Okay. Batman dumm. Ne, falscher. Hä? Ah, ich wollte gerade sagen, was macht das jetzt? Gut, Batman. Batman? Du bist dran. Zack. Perfekt. Perfekt. So kann ich gar nicht in die Portale rein, ne? Das macht auch nix. Ja, ja, ist okay. Nein. Mr. Burns. In Asian. So, was hab ich jetzt erschossen? Waren wieder irgendwelche Sammeldungen? Oh oh, oh oh. Oh oh. Gandalf! Du machst das. radioaktives gas ablassen jetzt brauche ich aber hier mit ehn mit wildsteil mit wildsteil kommen wir wieder zurück johob so was geht hier noch ok grüne fässer da oben leuchtet ein gigantischer legostein das bringt gar nichts die jumpen einfach mal in die wolke rein das ist meine chance allen zu zeigen was ich nicht kaputt ich hab das bad mobil irgendwo stehen lassen naja jetzt muss ich erstmal hier unten gucken was ich jetzt mal geht gundal ich muss ja auch noch wandern ich stresse sich hier da bauen wir mal was ein portal da wer verschwindet schon mal gandalf kann auch schon mal Ach, die könnte ich runterschmeißen, okay. Boah, baut Batman langsam. Das ist hier so ein Silberbauteil. Ja, was soll er machen? So, wie kommt Gandalf jetzt wieder da raus? Gar nicht. Geht einfach so. Bringt mir war doch nichts. Nö, nö. Wo war der dritte Portal? Aha. Aha. Noch so ein Fass. Und dann. Ah, super. Die Pressen sind... Aha. Tür ist auf. Wunderbar. 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 Jetzt keine Wildstyle. Wunderbar. Ach, die beiden. Komm mal her. Ja. Warum muss ich ihn jetzt wieder sortieren? Ist doch alles okay. Okay. Da ist das fünfte Fass. was? Ja, alter. Ja, alter. So, was? Ja, alter. Da ist nur jetzt. Ah, okay. Auf zu den grauen antworten. Ja. Warum wird Batman jetzt unsichtbar? Das ist doch total banane. Das hat ich auch bis jetzt noch gar nicht. Oh, hier geht wieder voll die Action ab. Ich bin nicht einfach ein größeres Loch. Lord Business. Wildstyle. Du warst das also. Hey, tut mir leid. Aber ich muss jetzt erstmal was abholen gehen. Und dich und deine Freunde vernichten, okay? Okay. Holt das Element. Hm? Jo, Homer ist das Element. Geil. Ich bitte noch mal. Aber wenn's dich da oben geht, bitte rette mich, Superman. Du meine Güte, außerirdische, frechst mich nicht. Ich habe Frau und Kinder, frechst sie. Gut. Das war die eine Sache. So, was wollte ich noch tun? Ich bin ein wenig beschäftigt. Okay, Bossfight. Was kennt das? Hier bedarf es wohl eines kreativen Einfalls. Na, du hast im Moment auch noch keinen kreativen Einfall. Ähm. Au, au, au. 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 Au, au, au. Ich wurde wieder geboren. Schon wieder. Na ja. Schieß doch weiter deinen Laser. Komm. Hier. Hier. Wo bist du ne Krücke. Ach. Hier auch nochmal? Die braucht ein bisschen Zeit zum aufladen. Zack. Zack. Komm. Hier. Galla ist voll inbar, ey. Oh. Oh, nochmal hier. Ich bin mal gespannt, ob die ganzen Bösewichte, ob das jeweils eine eigene Story ist oder ob die auch irgendwie noch zusammen was zu tun haben, sonst brauche ich einmal sie. Dann muss hier geswitcht werden. Dann hier hin. Dann hier hin. Und dann hier weiter. Und dann... juhu warum seid ihr so schwierig bleibt einfach stehen und lasst mich euch erledigen nö so kommt macht halt aber nicht ja kapi schon da soll ich nicht stehen zack zumindest hat man bei so aktionen bisschen zeit und nicht immer wieder umgeklatscht außer der das herz ist juhu so jetzt ballert er die wieder weg da wird keiner nicht bauen hey du hast gandalf betötet batman komm komm ein neues portal bettmobil kommt mal weg brauchen wir nicht das funktioniert wieder nicht in der zwischensequenz doch das herr der erdenkliche art und weise angreifen ho ach das war dort dr r hier ist so hier muss bett man den vorken dann können wir hier noch mal also macht ruhig so weiter danke Hä Hä Ah Hau mal in action Tch Ich weiß gar nicht wie diese komischen Roboter heißen Weil der Film war auch irgendwie geil Auch wenn ich storytechnisch gar nichts mehr weiß Was da eigentlich ab ging So warte mal hier Nur Charaktere wie ähm Der Astronaut Die die Hacker Fähigkeit haben können Hacker Terminal zu verwenden Okay das ist ein Hacker Terminal Gut gut Bauen wir mal Was ist das? Oh und ein Safe Point Einmal speichern Ah Hier gibt's nichts mehr Die schwerer Atombombe da Okay Der Joker Der Joker Der Joker Der Joker Der Joker Aber weißt du auch, was das ist? Mhm. Äh, zu spät. Meine Experten sagen, es ist ein Stromaggregat. Mal sehen, ob genug Saft drin steckt, um meinen alten Freund von dir aufzuwecken. Bad Hirn. Ich glaube schon. Joker, was tust du da? Was kommt jetzt? Oh, nicht schon wieder. Runter! Hm. Hier kommt ja ein Bossfight in jedem Level nacheinander. Also zwei, drei Bossfights. Au, Feuer. Au, Feuer. Au, au. Darf ich bitte? Danke. Ich meister das schon wie ein Profi. Echt. Hammergeil. Jetzt krieg ich es auf dem Deckel. Alter, totales Chaos. Zweites Gebiss im Arsch. Oh, der kann sogar richtig packen. So, was geht hier? Au, noch mehr Feuer. Hä? Das tut weh. Okay, ich komme auch einfach so hier hin. Nur Charakter wie Joker, die die Elektrizitätsfähigkeit haben, können Elektroschalter verwenden. Super. Bringt mir das denn jetzt hier. Ich sehe da hinten kaum was. Portale. Optimal. Das hilft mir auf jeden Fall schon mal. Okay. Gandalf, blau. Badland, gelb. White, step. Pink. Ja. Ähm. Aua. Was soll denn der Bullshit? Ich mach blau. Und mach blau. Gar nix. Gut, dann gehst du mal auf Lila. Wupp. Aha. Was ist Purschen jetzt da? Äh, okay. Alter. Muss ich jetzt mal hier rüber. Ich sehe da kaum was. Soll ich da alles kaputt gehauen? Ja. Uh. Uh. Aua. Wie nett von euch, dass ihr zum Spielen gekommen seid. Ah. Gut. Was jetzt? Was jetzt? Was jetzt? Was jetzt? Ich peil's noch nicht. Ich gehe auf gelb. Hm. Nee, einfach auf blau, ne? Ach, das ist der Joker. Seid ihr jetzt endlich abweg! Äh, ganz geblieben. Oh, noch ein TNT. Flup. Damit trifft er mich gar nicht, ne? Uh. Vielleicht doch. Was ist das für eine Pumpe? Was ist das für eine Pumpe? Komm, gib mir die Gebisse. Keine Pumpe, Gebisse. Nochmal gepumpt. Nochmal gepumpt. Gut, ganz schön. Äck, komm mal auf. Komm, Käse. Jetzt, äh. Jetzt sind wir doch da. Gut. Nee. Ups. Ähm. Ich hab's mit, ich rennt hier die Geld, ne? Komm. Hau mal ab, Joker. Bang. So, und jetzt? Lila, lila ist Wildstyle. Äh, Wildstyle. Äh, Wildstyle. Für Situationen wie dieser habe ich das passende Werkzeug. Da ist er. Ach so. Ach, jetzt. Ziehen wir mal die Eingeweide raus, ne? Hup. Ja, besiegt es der aber noch nicht. Oh, das sieht wertvoll aus. Oh, das sieht wertvoll aus. Hi. Ich bräuchte ein Taxi vom Dach des Kernkraftwerks von Springfield. Egal, hier ist ja eins. Wir sehen uns. Wie ein Gandalf hat's wieder geregelt, war. Dann weiß ich jetzt schon, was ich machen muss, ne? Die nächste Platte. Kernschmelz in Sektor 7G. Ja, da viele Münzen hab ich gar nicht eingesammelt. Das hab ich auch nicht voll. Von den Eisdingern eins? Übel. Und dann haben sie einfach das leuchtende Dings geklaut. Deine persönlichen Begegnungen und Rückschläge interessieren mich nicht. Wir haben das Fundaments-Element. Das ist alles, was zählt. Glaub mir, wenn du den röstigen Rächer unterschätzt, wirst du selbst gebraten. Da ist der, der Kroberstein. Jetzt wird Spaß. Mal sehen, was der hier kann. Es wird Zeit hier für ein bisschen gelbe. Äh, jo, Anleitung. Ähm, das zweite Ding abziehen. Und vorne dran stecken. Muss ich mal gucken. Im Blindflug. Ob ich das richtige hab. Sieht gut aus. Hoppala. So. Einmal die Platte. Und. Da dran. Bam. Na, sieht man auf der Kamera kaum noch. Muss ich mal gucken. Kann ich die ein bisschen... Oh, ein bisschen ausrichten geht. Okay. So, jetzt ist es dran. Musste ich nicht vorher ein Level auswählen? Der dunkle Retter erhebt sich. Ne. Was ist das denn für ein Universum? Ne. Oh, hier. Ja. Ha. Oh, nein. Oh, nein. Wo sind wir jetzt? Oh, ha, 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 ha. Was für eine freudige Überraschung. Mehr Wettstreiter für mein Turnier der Elemente. Hast du das, Orangier, Klaus? Aber egal. Ich spüre große Macht in ihnen. Eine Macht, die bald mein sein wird. Hihihihi. Du. Hä? What the fuck? Griffin Turner, Element der Geschwindigkeit. Aber ich mache jetzt erstmal eine Pause, weil ich übelst überzogen habe. Und sag, bis zum nächsten Mal. Ciao. Andere Ohn. viol den wird, verein, imperfecter, wenn ich morgen mache.